Hey, du siehst umwerfend aus. Geht's hier darum, wer die bessere Brautjungfer ist? Ich fühl mich wie Rupert Everett. Tun wir das nicht alle? Ich hab mein Hochzeitskleid! Ich hab mein Hochzeitskleid! Schatz, du wirst ausrasten, wenn du die Blumen siehst. Schatz, was ist denn? Hattest du einen Schlaganfall? Ich glaub, ich kann das nicht. Oh, nein. Als hätten das alle außer mir kommen sehen. Niemand hat das kommen sehen. Das war echt unerwartet. Meine Welt wurde zerstört und ich esse. Ich esse unkontrollierbar. Wie geht es dir, Süßchen? Ich hab mich für das Leben entschieden. Das ist gut so. Du musst mal wieder allein sein. Geh mit anderen Männern aus. Lass dich flachlegen, damit du weißt, wie sich das anfühlt. Ich hatte nicht geplant, ein Gefängnisarchitekt zu werden. Das hat sich so ergeben. Das ist faszinierend. Lola. Ich war ein Brotkasten-Baby. Was? Durch den Brotkasten wurde mein Penis größer als der von anderen Kindern. Oh. Männer sind immer auf der Suche nach jemand Besserem. Frauen suchen einfach nach jemanden, mit dem es funktioniert. Hab da einen gesegneten Tag. Hattest du etwa Sex mit diesem Rollerblader? Ein Schingel zu sein stärkt den Charakter. Sieh mich an. Wie war dein Match.com-Login? Immer noch Lass mich dein Loch sein? Lass mich dein Loch sein eins. Das andere war schon weg. Hey! Ich beschäftige mich zwanghaft mit allem Möglichen. Essen, Männer. Ich bin im Moment einfach durcheinander. Und da vor der Bühne. Aschenkuttel fand ich richtig toll, oder? Das ist ein Klassiker. Das versaut die Mädchen doch komplett. Dadurch sind wir besessen von Schuhen. Lassen Sie Ihren Gefühl dreien auf. Entspannen Sie sich. Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020